Jetzt gehts weiter. Leider hat er kurz die Aufnahme ein bisschen versaut. Einen Kampf habt ihr nicht mitgekriegt, aber das war jetzt nichts dramatisches. Da ist nur so ein Knilch von so einer Leiter runtergekommen. Wollte mich ärgern. Dafür verbeugt er sich sehr schön, falls er jetzt noch da ist. Ja, da liegt er noch. Da hat er tatsächlich auf den Kopf getreten. Das kann ich allerdings verstehen. Ich nicht. Ich fand das sehr sehr unfreundlich. Da liegt was. Liegt noch was. Sehle eines namenlosen Soldaten. Das sind kleine Gegenstände übrigens, weil ich die auch noch nicht erklärt habe, mit denen man... mit denen man Sehlen generieren kann. Um die dann, wie gesagt, fürs Aufleveln oder fürs Kaufen von Sachen zu verbrauchen. Ein Kurzschwert. Das könnte jetzt aber mal funktionieren. Ein bisschen Glück. Wo ist es denn? Kurzschwert. Ja. Wird immer besser. Gerade Schwert. Das sah doch aber ganz gut aus. Gerade Schwert. Das ist aber ein gebrochenes Schwert. Mach nochmal einen nach links. Aber rechts. Was? Trotzschwert. Da? Sag ich doch. Ja, aber ich kann es nicht tragen, weil meine körperlichen Anforderungen noch nicht. Deshalb ist das in rot geschrieben. Ach hier da unten. Genau. Die gelben. Achso. Ja, ich habe nur nach rechts geguckt. Deshalb, aber ich werde jetzt gleich mal aufleveln. Seit ich jetzt den nächsten Checkpoint erreicht habe. Dem es nicht mehr so weit ist. Und dann werden wir uns mal die Anforderungen, die. auch die guten Waffen nutzen kann. Also nicht die guten, die besseren Waffen. Okay. Mit diesem lausigen kleinen Dolch. Es gibt Spieler, die können mit diesem, äh, franzen kleinen Dolch wahre Wunder bewirken. Aber ich ziehe mich jetzt nicht unbedingt zu den übelst guten Spielern von diesem Spiel. Tata Biba war aber einiges zu tun gehabt. Oha. Jetzt wollen sie es wissen. Jetzt wollen sie es wissen. Warum wirkst du sie nicht mal ein Zauber? Oh, das war auch knapp. Oh. Wieder eine falsche Taste. Dolch in Gefahr. Oh, mein Dolch zerbricht gleich. Gibt es, ähm, wie bei anderen Spielen hier Magie, die du, ähm, verbrauchst? Ja, ich verbrauche meine Magie. Da steht ja Seelenpfeil. Das ist die Art von Magie, die ich gerade benutze. Und davon habe ich noch 24 Anwendungen. Die fühlt sich immer voll, wenn ich an einem, äh, Lagerfeuer raste. Und, ähm, Ansonsten verbrauche ich die halt pro Anwendung. Gott sei Dank habe ich übrigens noch einen, äh, zweiten Dolch im Inventar. Weil der andere ist kurz vorm Kaputtgehen. Auch eine sehr bemerkwürdige Mechanik. Ähm, die Waffen, ähm, nehmen Schaden. Je nachdem wie viel ich die benutze. Ja, das ist ja relativ normal. Ja, aber die, äh, füllen sich wieder voll. Sobald ich, äh, auch an einem Lagerfeuer wieder raste. Ich kann es ja nochmal, das sieht man jetzt hier wunderbar. Ähm, in dem rechten Bereich das vorletzte. Das ist die Haltbarkeit, da steht jetzt, äh, 60 von 60. Und bei diesem Dolch, den ich gerade die ganze Zeit benutzt habe, steht 4 von 60. Wenn das einmal 0 erreicht hat, ist die Waffe kaputt und regeneriert sich auch nicht mehr, wenn ich am, äh, Lagerfeuer raste. Äh, da muss ich extra zu einem Schmied gehen, den ich jetzt gleich noch freischalten werde. Äh, der repariert mir dann die Waffen für Seelen. Und was ist das da ganz rechts über deine Seelen? Äh, das 11,11 von 46, das ist dein Gewicht. Das ist meine Belastung. Momentan ausgerüstetes Gewicht, genau. Und, äh, da ist, äh, die Prozentanzeige sagt mir, wie, wie sehr ich ausgelastet bin. Und je nachdem wie, äh, wie hoch die Prozentanzeige sind, äh, fällt meine, fällt meine Laufgeschwindigkeit aus und meine, äh, Rollentfernung, wie ich rolle. Ist, na klar, je, je mehr Gewicht man, äh, am Körper trägt, umso langsamer wird man. Ist vor allen Dingen dann für schwere Rüstungsträger. Die, äh, das sieht dann eher unbeholfen aus, wenn die dann eine Ausweichrolle machen. Und, äh, für Leute, die wie ich, nur in so einer Kutte rumlaufen, die, die bewegen sich natürlich viel schneller. Wie gesagt, das einzig Merkwürdige ist, ich kann im Inventar so viel rumtragen, wie ich möchte. Nur das, was ich an den Körper lege, zählt als Gewicht. Na, solange das für alle gleich ist, geht's ja. Ja, ist doch vom Vorteil, wenn man das Spiel schon mal gespielt hat. Oh, und ich drücke immer wieder den falschen Knopf zum Zaubern. Daran merkt man, dass es kein Pro-Gamer ist. Weil ich jetzt nicht wirklich wusste, dass da einer hinter der Ecke sitzt. Es sah aber ein bisschen danach aus. Ich habe mich jetzt auch ein wenig erschreckt, aber ich, dadurch, dass ich die Spiele schon mal gespielt habe, weiß ich natürlich, worauf ich mich hier einlasse und jederzeit Ausweichrollen machen muss. Wieder der falsche Zauberknopf. Wenn du so weiter machst, ist dein Zauberstab kaputt? Ähm, möglich. Cool. Ganz fies eine Bombe runtergeschmissen. Wo ist das hin? Da steht einer mit dem Bogen. Achso. Das so aus, als wenn von oben runtergetropft wäre. Ja, das war clever. Stell einen Schlag in hier rein. Da gibt es noch einen Bogenschütze. Habe ich mitbekommen. Bist bisher noch nicht gestorben war? Nö, noch nicht. Sonst hätte ich auch nicht mehr meine schöne Gesichtsfarbe. Als wenn wir nämlich gleich nach dem ersten Mal sterben feststellen, dann sieht er nämlich ein bisschen abgeranzt werden. Dann sieht er nämlich aus wie ein Untoter. Spoiler Alarm. Was? Spoiler Alarm? Nö, ja. Wo schießt denn? Schießt er durch die Wand? Nein, der schießt von da drüben. Da steht er. Da. Ähm. Hey. Warum bist du denn schon wieder wach? Nö, schon ist lang gesperrt. Wenn du so weitermachst hast du gehen Heilzeugs mehr. Keine Sorge, alles berechnet. Jetzt auf einmal. Ich wollte mich von ihm treffen lassen. Jaja. Schon klar. Du denkst auch, willst du die Nose mit Kneifzange an? Nein. Macht ihr das nicht? Nein. Macht das jedes Mal? Weiß ich. So. Hier ist der eben erwähnte Checkpoint. Aber vorher werden wir noch mit diesem kleinen NPC sprechen. Das sind wir ja. Ein Händler. Eine Händlerin. In dem Fall. Hier kann man noch ein paar Sachen raufen. Wadeschwert. Axt. Halbwegs interessant. Hier noch ein paar Rüstungen. Wie man. Und sollte man das vielleicht die Seelen mehr sparen für zum Aufleveln? Sollte man. Aber jetzt kommt was relativ wichtiges. Hier gibt es nämlich nochmal eine Ladung Seelenpfeile. Weil wie du festgestellt hast, habe ich ja nur 30 Stück dabei. Das könnte für lange Kämpfe ungenügend sein. Und hier ist einmal ein Schlüssel. Und da steht schon, öffnet Schmied Lenny Garsts Laden in Majula. Und das ist genau der Schlüssel den ich brauche um den Schmied freizuschalten. Und den werde ich jetzt erstmal kaufen. Diese Ladung Seelenpfeile füllen die sich am Lagerfeuer auch wieder auf? Genau. Die rüste ich einmal aus. Und dann füllt sich das jedes Mal wenn ich am Lagerfeuer bin, füllt sich diese Ladung wieder auf. Egal ob ich die bis Null verbrauche oder nicht. Und wenn ich jetzt noch einen Zauberslot hätte, könnte ich jetzt die Seelenpfeile zweimal ausrüsten. Weil wenn ich den jetzt kaufe, habe ich zwei Ladungen Seelenpfeile. Und dann kann ich bis zu 60 Seelenpfeile mit mir rumschleppen. Das ist recht angenehm. Und deshalb werde ich das jetzt auch erstmal kaufen. Dann werden wir noch ein bisschen mit ihr sprechen. Mein Name ist Melenchia. Du bist ein Stranger zu dieser Land. Oh, wir bekommen uns als Stranger zu diesen Tagen. Jeder hat alle geholfen. Hm. Was bringt dir das nur mit den Charakteren zu sprechen? Wenn du alle Dialoge abgearbeitet hast, dann gibt es sehr häufig entweder Gegenstände oder sie ändern den Standort an einen einfacheren Ort. Aha. Das ist natürlich auch sehr gut. Wir haben auf jeden Fall alle erstmal einen Schaden. Alle Charaktere in Dark Souls haben immer einen Schaden. Warum kniet die eigentlich auf alle vier? Die sitzt im Schneidersitz. Ah. Und die hat halt nur so einen riesigen Rucksack da auf dem Rücken. Achja. Genau. Jetzt haben wir die Dialoge abgefrühstückt. Das ist in der Monologe. Weil unser Charakter antwortet ja nicht. Ignoranter Penner. Und jetzt ändert sie ihren Standort nach Majula. Und dann können wir jetzt immer am Haupt-Lagerfeuer dann mit ihr reden und ihre Sachen abkaufen. Trotzdem ignoranter Penner antwortet einfach nicht. Arschloch. Achja. So. Wir werden jetzt. Wir haben jetzt mehr als ein Lagerfeuer freigeschaltet. Und jetzt können wir hier die Schnellreisesystem benutzen. Und zwar zu jedem Lagerfeuer was wir jemals einmal besucht haben. Können wir uns dann jetzt immerhin teleportieren. Das ist recht angenehm. Dann müssen wir nicht immer den Weg zurück latschen. Großschwert. Das werden wir wahrscheinlich nie benutzen. Ähm. Unwahrscheinlich. So. Ach. Wir levelen erstmal. Hoffentlich können wir ein bisschen hoch levelen. Da. Sehe die, die Namen unklarbar sind. Die vier entdeckt mit enormen Säulen. Seine Säulen servieren als Beacons. Nachdem du sie gefunden hast, zurück hier zu mir. So dass die Hoffnung nicht wegfallen wird. Also wir sollen jetzt nicht nur den König finden. Wir sollen auch noch die vier großen Seelen finden. Das ist jetzt schon mal eine kleine Anlehnung an. Wir sollen mal vier richtig böse Bosse legen. So. So. Mit ihr könnten wir jetzt sprechen. Sie wird aber immer permanent das gleiche sagen. Sie suche die vier großen Seelen. Suche den König. So weiter. Wenn wir. Äh. 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 Wir haben jetzt immer nur einen dabei. Der sich auffüllt wenn wir im Lagerfeuer sind. Den wir immer als permanenten Heilgegenstand benutzen. Und äh. Und äh. Hier kann man jetzt. Bei der guten Frau leveln. Aber das klappt nicht weil wir zu wenig Seelen haben. Weil ich gerade zu viel ausgegeben habe. Ich wusste doch Verschwendung. Ja aber das ist jetzt nicht wirklich Verschwendung. Weil das war ja eigentlich eine ziemlich gute Investition. Hier haben wir den. Gemiet. Oh es geht nicht. Hilf mir einfach diese Tür öffnen. Ein komischer Schmied der nicht mal die Tür aufkriegt. Vor allem wenn der auch das Fenster da so übelst und durchdringlich ist. Der kommt einfach ruhig clever mit. So. Er hat uns jetzt also quasi den Auftrag gegeben da. Den Schlüssel zu suchen. Da wir aber clever waren und den Schlüssel schon gefunden haben. Gibt es jetzt richtig fix. Ah ja. Sehr gut. Jetzt kann ich zu arbeiten kommen. Aber zuerst lasse ich mich feststellen. Ich komme später wieder. So. 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 Now. Wir nutzen jetzt einfach mal alle. Ihr auch. Wie gesagt, die gute Frau sagt jetzt immer jedes mal das gleiche, deshalb können wir das wegklicken. Geschick war es 10, ne? Ja. Und stärker. 7. Reicht nicht. Sag dich doch. Aber wie man sieht, jetzt bei diesen ganzen Zahlen, das ist natürlich ein wenig verwirrend, aber wir haben im rechten Bereich die Anzeigen für unsere ausgerüsteten Waffen. Wenn ich jetzt das Geschick verändere, ist in der rechten Hand die Waffe 1, wo wir das Messer liegen haben, sieht man jetzt, dass der Schaden sich erhöht. Je nachdem, wie viel ich in den Geschickbaum rein, in diesen Geschick rein mache, erhöht sich auch der Schaden durch die Waffe, nur weil mein persönlicher Geschickwert höher wird. Ja, sehe ich. Ja. Ja. Das war nur um ein Trabo. Ja, aber so im Laufe der Zeit läppert sich das ein bisschen. So, wir werden jetzt, weil wir eh nicht viel zu tun haben, wieder in den Welt der Gefallenen, in den Cardinalsturm, wo wir das letzte Mal waren, wieder reingehen und uns da noch ein bisschen umsehen und weiterspielen. So, wir werden jetzt noch ein bisschen umgehen. So, wir werden jetzt noch ein bisschen umgehen. So, wir werden jetzt noch ein bisschen umgehen.